Schönen guten Morgen an euch allen. Heute zunächst mal der fünfte sommerliche sonnigste Tag. Zunächst mal heute und dann gibt es heute Nachmittag, wenn nicht, ab morgen schon die ersten Regentropfen zu spüren. Jetzt hat die Sonne noch ihren Lauf, aber später vielleicht nicht mehr, ab morgen war es das für den Sommer, er würde sich komplett verabschieden. Zunächst mal sonnig, dann verabschiedet sich der Sommer. Zunächst mal. Mama, kannst du bitte ein Tuch geben? Hm, ein Tuch brauche ich. Ich brauche bitte ein Tuch. Ich bin hier voll. Ich brauche dich. 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 Ich brauche dich.